Und genauso gibt es einen australischen Konvertierten, Ruben ist sein Name, ihr könnt seine Geschichte auf YouTube sehen, der erzählt, wie er zum Islam gefunden hat. Seine Geschichte ist sehr, sehr interessant. Er war Christ und er war auf der Suche nach dem wahren Weg. Er hatte bestimmte Fragen und niemand konnte ihm diese Fragen beantworten. In der Kirche hat er keine Antworten auf die Fragen bekommen, Buddhismus, Hindus, er ist überall hingegangen und nirgends hat er Antworten auf seine Fragen bekommen. Bis eines Tages ein Freund zu ihm sagte, geh zur Moschee und frag mal diese Muslime, vielleicht haben die ja eine Antwort auf deine Fragen, du hast ja nichts zu verlieren. Und ihr wisst ja normalerweise, wie Nicht-Muslime, die jetzt nicht viel vom Islam wissen, wie sie immer reagieren, was, Islam, diese Terroristen, diese Zurückgebliebenen, die im Mittelalter leben, was will ich denn dort? Er sagt, du hast sowieso nichts zu verlieren, du hast jetzt so viele Religionen probiert, du warst an so vielen Orten, hast deine Fragen gestellt, keine konnte es beantworten. Geh zur Moschee und stell dort deine Fragen, du hast ja nichts zu verlieren, probier es doch einfach mal. Er sagte, okay, er hat recht. Er ging zur Moschee, stellte seine Fragen dort dem Imam und er konnte ihm jede Frage vom Koran beantworten. Er konnte ihm jede Frage vom Koran beantworten und das hat ihn fasziniert. Er selber erzählt es, schaut es euch gerne an, auf Englisch berichtet er, er sagt, das hat mich extrem fasziniert. Er sagte, er nahm den Koran mit und hat im Koran gelesen, aber er meinte, irgendwie hat er immer noch Zweifel gehabt, ob Gott jetzt wirklich existiert. Und er selber berichtet darüber, er sagt, eines Tages saß ich dann im Zimmer, ich war alleine, ich habe den Koran gelesen, ich war kurz davor, den Islam anzunehmen. Ich sagte, oh Allah, schick mir nur noch ein einziges Zeichen, zeig mir, dass du existierst. Ich will ein einziges Zeichen von dir sehen, oh Allah, dass du existierst und dann bin ich bereit, den Islam anzunehmen. Egal was, sei es, dass ein Poster jetzt von der Wand runterfällt, sei es, dass meine Decke jetzt hier runterfällt, sei es, dass mein Handy jetzt klingelt. Er saß im Zimmer, es war absolut ruhig, nichts hat sich bewegt. Er sagte, gib mir ein einziges Zeichen dafür, dass Gott existiert, dass du existierst und ich glaube an dich. Aber es ist nichts passiert, absolut gar nichts, es war ruhig, nichts ist passiert. Er sagte, oh Allah, das ist deine letzte Chance, schaut, wie er gesprochen hat. Er sagte, oh Allah, das ist deine letzte Chance, wenn du mir jetzt kein Zeichen gibst, dann glaube ich nicht an dich. Gib mir ein einziges Zeichen, du bist der Allmächtige, ein Zeichen bitte, dann glaube ich an dich. Nichts ist passiert. Er selber sagt, ich war frustriert und deprimiert und sagt, oh Allah, wieso gibst du mir kein Zeichen, hörst du mich nicht, warum, weshalb, wieso? Er nahm den Koran und hat den Koran aufgeschlagen. Und an der Stelle weitergelesen wurde, das letzte Mal aufgehört hat. Und subhanallah, er schlug genau diesen Vers auf, worin es heißt sinngemäß, und wir haben dir so viele Zeichen gegeben und du forderst immer noch weitere Zeichen. Wir haben dir die Berge gegeben und den Himmel und die Sterne und den Tag und die Nacht und die Sonne und den Mond und du verlangst immer noch ein Zeichen. Wir haben dir eine Milliarde Zeichen gegeben und du willst eine Milliarde und ein Zeichen. Wann ist es genug für dich, oh Mensch? Wann hörst du auf, so arrogant zu sein? Wann hörst du auf, so zu denken, du bist im Mittelpunkt von all dem? Und dann, als er diesen Vers gelesen hat, hat er den Koran zugemacht und es kam eine Ruhe in seinem Herzen und er hat daraufhin den Islam angenommen. Wann hörst du auf, so wie du bist?